I say, hey, 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 stop it! Hey, 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 stop it! Irgendwann gehört der Himmel ihnen, den Vogelkindern noch versteckt im Bett. Jetzt frei werden sie die Flügel schreitzen und dann los! Wenn du jetzt um die Welt zu wiegen, diese Fragen kommt schnell auf dich zu. Dass das Laufen des Weges da tut, schon lange deine Erfüll. Morgen, morgen, enden wir dich ins Licht der Hoffnung für dich. Dass das Laufen des Weges da tut, was dich verblüht, mir zeigt mir, dass du in den Großteil bist. Bist du das im Käfig der Traurigkeit? Das lass ich nicht zu, zieh dich aus dem Leid. Die Hürden sind schnell aus dem Winkel schaust, denn dein Herz klopft mit Leidenschaft. Bist du das im Käfig der Traurigkeit? Das lass ich nicht zu, zieh dich aus dem Leid. Die Hürden sind schnell aus dem Winkel schaust, denn dein Herz klopft mit Leidenschaft. Und ich glaube an dich, gehen wir zum Star. Hey, 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 stop it! Hey, 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 stop it! Hallo! Hallo mein Lieben! Wir sind Saskakur. Wie euch gerade schon gesagt wurde, sind wir eine Gruppe von drei Mädels, die eben Anime-Songs singen. Das ist unser zweiter Auftritt von unserer Tour Startdash. Und so habe ich auch gerade das Lied, das ihr gehört habt, Startdash aus dem Anime-Love-Life. Und ich würde sagen, stellen wir uns einmal kurz vor. Ja, hallo. Danke, dass ihr da seid. Ich bin Ju, ich bin 20 Jahre alt, ich bin die Jüngste aus der Gruppe und gleichzeitig auch die Größte. Hallo zusammen, ich bin Nappi, ich bin 20 Jahre alt und ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich auf unseren Auftritt. Ja, ich bin Elle, ich bin 21 Jahre alt und ich bin die Gruppenleaderin. Und ja, wir hoffen einfach, ihr habt Spaß heute bei dem Auftritt. Und als nächstes kommt Sispo Ella von dem Anime Maduka Magica. Viel Spaß dabei. Ich bin zu klein. Ich bin zu klein. Ich bin zu klein. Es die Amorität in die Amitya, so wie er in die Asura ist die Amorität in die Asura. San Maria, sie ist die Amorität in die Amitya, so wie er in die Amitya ist die Amorität in die Amitya. San Maria, sie ist die Amorität in die Amoren. Musik 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020